Starke Typen, heiße Bräute und jede Menge Spaß. Bis plötzlich Bobby, der ausgeflippte Teenie, im Körper des alten Kulmans zu sich kommt. Oh mein Gott. Ich bin eher. Er hat genau drei Tage Zeit, die Sache wieder auf die Reihe zu kriegen. Sonst ist seine Zukunft Vergangenheit. Oder war alles nur ein Traum? Verwirrende, beängstigende und gefährliche Zeit. Das ist alles, was ich ein Mädchen wünsche. Jason Robards, Corey Feldman, Piper Lloyd, Meredith Selinger, Harry Dean Stanton, Corey Haim. Kann es sein, dass du Freddy Krueger erwartet hast? In Dream a Little Dream.